Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Spiel mit mir Apps und Games und es geht selbstverständlich weiter mit The Sims 4. Und wir sind immer noch beim Date mit Summer. Sehr energiegeladen. Erst einen Kuss erleben? Geht das? Erleben wir hier jetzt schon den ersten Kuss bei The Sims 4? Oh oh. Oh oh oh. Wow. Luna. Da war der erste Kuss. Mh. Flirten? Ja, dann setzt euch mal zusammen hin. Süße Nichtigkeiten flüstern. Will sie jetzt Sport machen, oder was? Wir haben nicht mehr lange Zeit für das. Ich glaube, es wird so langsam Zeit, Tschüss zu sagen, oder noch besser ein Nickerchen zu machen. Ja, warum auch nicht ein Nickerchen beim Date nach dem ersten Kuss direkt. Schön kam, sehr schön. Was sie machen soll, weiß sie jetzt gar nicht. Verabredung abgeschlossen. Okay, alles klar. Sehr gut. Hätten wir jetzt aber Zeit, nach Hause zu gehen. So, ab nach Hause, würde ich mal sagen. Suchen. Also, wenig Geld, Mensch. Naja, gut. Wir gehen jetzt erstmal zur Arbeit und schauen mal, was danach geht. Aber ist doch erstmal gut, wir haben die ersten Kontakte. Wir sind wieder zu Hause. So, willst du dich noch kurz hinlegen, bevor du losgehst? Nickerchen machen. So, mal ein bisschen schneller. So. Alles klar. Nee, wann muss ich zur Arbeit nochmal? Ich muss zur Arbeit. Was ist denn los mit dir? Aufstehen. Aufstehen. Sitzen. Warum geht der denn nicht zur Arbeit, Mensch? Du musst doch zur Arbeit. Oder was haben wir denn heute? Doch, Zeit für die Arbeit. Zur Arbeit gehen. So, schnell aber. Müssen Geld verdienen. Nee, ab zur Arbeit. Mann, 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 Mann. Dates und hier küssen müssen, aber nicht arbeiten gehen. Das geht so, aber nicht. So, bis drei Uhr arbeitst der. Ja, das Leben als kleinkrimineller ist nicht einfach. 13 Dollar gibt es die Stunde. 13 Simodions gibt es die Stunde. Mann, ey. So, unwohl. Das heißt, ab ins Bett. Schlafen. Was ist das hier? Höre der Fitnessfähigkeit. Ja, wobei wir können... Nein. Ja, wir schauen erstmal. So leg dich jetzt erstmal... Oh, du stinkst auch ziemlich. Na, aber erstmal hinlegen und schlafen. Warum schläft der ständig mit diesem Zeug? Verstehe ich nicht. Na gut. So leg dich mal ein bisschen hin, bis wieder alles aufgeladen ist. Ne? Und dann kannst du jetzt mal eine erfrischende Dusche nehmen, damit du auch nicht stinkst und dir auch ein bisschen Energie laden kannst. So, angespannt, deswegen ab in die Dusche. Ja, du stinkst. So, wie viel Geld haben wir denn noch? 371 Ohr, Mann. Es wird Zeit für einen Garten, würde ich mal sagen. Und zwar, ich nehme mal in den Baumodus kurz. Äh, ich brauche eine Tür auf jeden Fall. Aber vielleicht da dann so eine Glastür. Mann, wenn nicht. Kann man die nur im Raum machen? Mann. Eingangstür mit... Oh, nee. Irgendwann so eine Standardtür. Warum geht das denn nicht hinten? Mann, ich wollte eigentlich eine Terrasse hier bauen. Hm, komisch. Gut, dann fange ich vielleicht mal, hm, mit dem Garten so an. Ach, hier die Peilen. Wo sind denn die Palmen geblieben? Deswegen packe ich jetzt mal hier ein paar Palmen hin. Das war hier. So. Ihr könnt vielleicht doch Gartenpflanzen topfen. Ne, speichern. Okay. Ab in den Live-Modus wieder. Jetzt mit der Dusche aus. Gut dabei. Müssen wir aufräumen. Ne, aber den Müll können wir eigentlich mal entsorgen. Ja, danach vielleicht. Obwohl, der stinkt eigentlich auch noch nicht. Sieht der mit unseren Beziehungen aus. Wie ist denn unsere Beziehung zu Summer? Hm. Ich würde mal sagen, es wird wieder Zeit, ein bisschen rauszugehen. Aber vielleicht solltest du was essen, genau. Ne, das hier kann erst mal weg. Und danach kannst du frühstücken. Und zwar, äh, Pfannkuchen. Heute mal Pfannkuchen. So. Ein bisschen schneller bitte. So. Was denn hier mit? Aufräumen. Danke. Ne, wir gehen jetzt mal wieder unter Leute. Es ist Sonntag. Sonntag früh und Sonntag früh. Da geht man in den Park. Da geht man in den Park. So. Ne, wir machen was mit. Ne, 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 ne. Ganz anders. Wir machen mal jetzt was anderes. Wir gehen mal wieder auf Reisen. Ja. Wir reisen, wir reisen, wir reisen. Und zwar geht es mal nach Willow Creek. Heute. Und zwar, wir gehen mal ein bisschen trainieren. Fit wie ein Turnschuh. Ab zum Besuchen. Aber alleine. Wir wollen ja wieder ein bisschen trainieren. So ein Bodybuilder-Level hochbekommen. Ne? Selbstverständlich. So, okay. Warum stinkst du denn? Warum stinkst du denn jetzt? Na, dann geh jetzt erstmal hier hin. Warum stinkt der denn? Der hat doch geduscht. Check ich nicht. Vielleicht gehen wir dann im Fitnessstudio kurz unter die Dusche. Aber hier gibt es gar keine Dusche, oder? Vielleicht nach oben. Gibt es denn hier aus mit dem zweiten? Ja. Bitte hier hin. Dann können wir auch duschen. Aber bitte ein zweites Stockwerk. Danke. Schleimfähigkeit erreichen. Schleimische Interaktion. Vielleicht können wir das ja mal machen. So. Nein. Und zwar eine dampfende Dusche nehmen. Aber ganz, ganz schnell. Okay. Na? Geht auch ein bisschen schneller. Du, 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 du. guckst. Kokett. Hm. Also, ich glaube, es wird langsam Zeit, wieder trainieren zu gehen. Also, jetzt können wir mal trainieren. Eigentlich machen wir das ja umgekehrt. Erst duschen und dann. Äh, erst trainieren und dann duschen, aber... Ein bisschen Tränen hier. Das sind komische Leute im Fitnessstudio. Was haben wir da nur an jedes Mal? Was ist denn los? Vielleicht mal einen Energiesaft trinken. Der kappt jetzt. Der wird ja mächtig trainiert. Nachdem unsere Einheit hier absolviert ist, werden wir uns auf jeden Fall mal hier im Fitnessstudio ein bisschen unterhalten. Hier, vielleicht mit lustig vorstellen. Ganz ruhig, ganz ruhig. Wie ist das denn? Das ist Zoe. Zoe oder Zoe. Was hat es geklappt? So, können wir noch fallen müssen. Und zwar, da öffnen wir die Reine jetzt ein bisschen. Kennenlernen. Aber wo hat man eigentlich nur unsere Karriere so gehen? Eine Auswahl. Gemein. Anderen. Mal gucken, ob sie dann noch auf dem Laufband bleibt. Geleidigen. Über Outfit spotten. Ja, wir machen uns über Zoe lustig. Macht man eigentlich noch mal gut. Oh Mann. Oh Mann, Zoe, was ist mit dir los? Na ja gut. So, ich würde sagen. Sag mal, wer bist du denn eigentlich? Don. Don. Und das Witzige ist, Leute, wisst ihr was Don auf Twitter scheißt? Wollt ihr das mal wissen? Das heißt Unterhose. Oh, na gut. Das mal nur so nebenbei. So. Was ist denn mit dem Don los? Grob vorstellen. Nur komische Leute hier im Fitnessstudio. Nur komische Leute hier. So. Gemein. Über Outfit spotten. Selbstverständlich. Guck mal, wie der aussieht. Da sehen wir nur komische Leute im Fitnessstudio. Das heißt, wir machen nur Ärger im Fitnessstudio. Getränke werfen. Ja, bin ich mal gespannt. Wir versuchen es nochmal. Das heißt, wir werden hier mal die Nancy anmachen. Ja, wir sind zu viel unterwegs, Leute. Das ist gar nicht gut. Leute, heute mal Unfug im Fitnessstudio. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei die Sims 4. Was habt ihr denn noch so viele Ideen? Schreibt es doch gerne in die Kommentare. Der Don hier, die Unterhose, kann uns nicht so ab. Aber ist auch nicht so schlimm. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.